Am Simu steht die Freude ins Gesicht geschrieben, dass er dran ist bei 1.Wochenend-Wenn. Hallo Simu! Hey! Komm zu uns, Simu! Und zwar braucht es nach diesem Schmuddel-Desaster von der letzten Woche endlich mal einen Jö-Faktor bei 1.Wochenend-Wenn. Darum habe ich dir hier eine Liste bereit gemacht, mit dir im Zoo, wo dir ein Selfie gemacht ist. Wichtig im Keg drin, nicht vor dem Keg. Es hat ein paar tödliche drunter, aber auch ein paar herzige. Viel Spass, 10 sind es. Kann ich noch ein Selfie mit dem grössten Aff machen? Warte, Elke! Ich habe noch nie eine Esselie gesehen, die armdauernd weglangt. Hallo? Wenn ich bleibe, bleibst du nicht so einstehen? Heli! Komm, schau zu mir! Schau jetzt doch schnell! Schau jetzt! Weisst du, wenn wir schon bei den einfachsten Tieren so lange haben. Ich habe nicht Angst vor Tieren, aber von denen noch nicht. Ich habe ja den nötigen Espekt. Hallo? Gute Moment, du bist gerade am Scheissen. Ich leise ein bisschen unanständig. Das macht man normalerweise nicht so Selfies. Kommst du mir nicht zu nah mit den Zähnchen? Darf ich noch mit den Zähnchen? Ja. Du hast etwas gesagt. Smile! Merci, du kannst weitergucken. Gänse. Wie Schwän. Unberechtbare Kampfmaschinen, Mann. Ich mache nur ein Selfie mit euch. Schau jetzt mal. Was ist das mit dir? Sie kommt! Ich habe gesehen, sie kommt! Jetzt ist er, ich habe es noch zu sehen. Guck mal! Guck mal! Jetzt ist es nicht weiss! Guck mal! Guck mal! Das ist meine Welt. Der Moser streichelt so. Da fühle ich mich zu Hause. Schau! Oh, Moser! Ich habe es ein gewungeriger Knie. Schau! 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 Ha 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 ha! Perfekt! Die gemachten Tiere werden dich auch mal bestecken. Ein bisschen Futter. Schau! Sie können schon! Hallo! Jetzt, eine grosse Bescherung! Ja, ha 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 ha! Aber nicht hoch! Ich habe ja diese schönen Hosen an! Gell? So! Warte, 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 warte! Scheren! Jetzt ist es wieder umgegangen! Warte, bitte nicht auf! Hallo! Hallo! Hey, hey, hey! Scheren! Scheren! Ich kann doch so die Hände nicht vorne nehmen! Jetzt müssen wir schnell aufpassen und ein Foto machen. Und dann gibt es. Und du bist jetzt gross von oben. Nein, aber jetzt... Nein, ehrenworte! Jetzt noch... Hey, hallo! Hey, stopp jetzt! Moment, schnell! Nein, ich habe nicht Angst! Aber... Ja, ja! Mach die Hose! Ja! Aha! Das tut gut! Ja, ja! Du liebes! Sorry! Nein, er ruft den Sieg an! Mit deinem Selfie ruft den Sieg! Ich habe dir nur viele Folgölle wünschen! Sieg! Komm, holl ab! Tschüss! Die Bisse! Ah! Ah! Du siehst! Du siehst! Komm hier! Nein, du! Hörst du! Hey, du! Geht's noch? Die schlägen jetzt nicht mehr mit mir! Wir sind Freunde! Hey! Hallo! Ich habe einen drauf! Bei der Geschichte hier! Ei, ei, ei! Die haben wir jetzt den letzten angetragen! Ja, du liebst du! Ja, das ist fein! Wenn alles so lieb wäre! Ja, 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 ja! Hast du das gesehen? Was ist das eigentlich mit einem Arzt? Weißt du, jetzt haben wir angefangen den Strichelzog gemacht. Das war noch ein schönes Teil. Schon da bin ich gestresst. Und jetzt gehen wir ins Vivarium. Zu den giftigen Tieren, zu den mühsamen Tieren, zu den Killertieren, zu den Bestien. Es ist einfach gefährlich. Nein, ja. Was für Sonderes? Nichts für dich. Nein! Nein! Die leben ja! Hallo, wir leben ja! Nein, 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 nein! Du bist glücklich! Ah! 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 Ha! Ah! Es tut mir vielleicht ganz einfach! Ah! Ah! Oh! Das ist doch speak! Esotisch. Ja. Und giftig. Und giftig, hast du gehört? Grusige Dinge, schau mal. Ja, sie bewegt, sie bewegt, sie möchte runter. Es geht ihr nicht mehr so gut. Königspirant. Die haben es gar nicht gern, wenn du dich schnell bewegst. Es geht um Leben und Tod, oder Ben? Ach, ich geh noch mal. Ich muss drauf verschlagen. Ja, komm fressen. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Sie schmückt Angst. Und jetzt? Hä? Okay, ist gut, Ben. Gut, Ben. Merci viel, viel Mal. Ich habe dich auch gern. Fuck. Ich bin flotschnass. Das ist echt kein Hass. Er sagt, das ist eine easy Aufgabe. Ja, hier ist es easy, ja.